Wir müssen unsere gefälschten Personendaten auf die Server des Katastrophenschutzkontrollzentrums hochladen. Oh mein Gott, haben wir hier viele Wachen auf Dächern? Ich hoffe, der liegt da safe. Heilen, 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 heilen! Heil dich doch! Mann, heil dich! Wir müssen unsere gefälschten Personendaten auf die Server des Katastrophenschutzkontrollzentrums hochladen, um eventuell dann später Zugang zu Ilse Herzogsunterkunft und zu den gefangenen Programmierern zu erhalten. Und wir sind hier bereits am Drohnenkontrollzentrum. No shit, Sherlock. Ich weiß schon, wann ich den Schalldämpfer benutzen muss und wann nicht. Lokalisieren Sie das optische Kabel. Ich habe es offenbar lokalisiert. Da, okay. Und den biometrischen Computer im Kontrollzentrum. Wir haben hier, oh mein Gott, haben wir hier viele Wachen auf Dächern? Das ist nicht gut. Generell ist hier alles voll mit Wachen. Das ist ja Wahnsinn. Eine schwarze Tür. Wo ist dieser Computer? Dieser biometrische... Woa, 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 woa. Da wollen wir nicht raus. Da ist er. Gut, so. Das optische Kabel außer Betrieb setzen. Und mit dem biometrischen Computer neue Personendaten generieren. Kann ich den safe wegmachen? Ja. Feind gesichtet. Komm, gib nicht so ran. Genau. Da war noch einer eben auf dem Dach. Ich hoffe, der liegt da safe. Feuer auf mein Kommando. Ich brauche drei Schusslinien. Ziel erfassen. Gegner markieren. Ich bin bereit, boss. Ich bin bereit, boss. Ich bewege mich zum Ziel. Ziel ist im Fadenkreuz. Ziel ist anvisiert. Ziel ist erledigt. Genial. Vorsicht. Wir halten bei uns Ausschau. Da unten läuft auch noch einer rum. Oh. Das ist ja auch noch einer. Ziel markieren. Feuer auf mein Kommando. Feuer auf mein Kommando. Feuer frei. Das macht schon richtig Spaß mit den mit den Voice Commands. Das ist ganz ehrlich. Ich muss da mal... Ich weiß gar nicht. Also ich habe vor, dazu ein Video zu machen. Ich bin jetzt immer noch in der Aufnahmesession, in derselben von vor vier Folgen. Also von Folge 16. Die, wo wir bei JsGal gestartet sind. Und ja, also ich habe auf jeden Fall vor, ein Video dazu zu machen, wie man Ghost Recon Breakpoint geil mit Voice Attack und mit Spracheingabe spielen kann. Inklusive einem Download von meinem... von meinen Einstellungen. Von meinem Voice Profil-Dingsda. Also mit den Commands. Also wenn ihr diese Folge seht, kann es sein, dass die Folge schon auf meinem Kanal verfügbar ist. Im Zweifel einfach mal gucken. Oder wenn ich dran denke, verlinke ich sie vielleicht in... oben... in dem... oben rechts... bei dem i. Unter dem i. Oder in den Kommentaren. Wenn ich dran denke, ich kann es nicht versprechen. Im Zweifel einfach mal auf meinem Kanal schauen. Wenn es hochgeladen ist, dann wird es hochgeladen. Auf jeden Fall in der Playlist Ghost Recon Breakpoint Tipps und Tricks. Und wenn es noch nicht hochgeladen ist, einfach meinen Kanal abonnieren. Das Video kommt auf jeden Fall. Ich weiß halt noch nicht wirklich wann. So. Das ist Kabel. Einmal sabotieren, bitte. Gut. Das war das optische Kabel. Kann ich da einfach runter? War nicht so gut. War nicht so gut. Was die Lebenspunkte angeht. Wären Sie, ich will keine Probleme. Ja, ja. Du kriegst aber Probleme, wenn du nicht ruhig bist. So. Hier vorne haben wir ja alle. Glaube ich. Es klappt halt einfach gerade so gut. Ich bin so in... so gut in Form gerade. Es ist so geil. So. Keine automatischen Geschütze mehr. Schnappen wir uns mal die Info von dem da. Im Gebäude selbst waren auch keine Wachen. Sind wir eben mit der Drohne durchgeflogen. Hallo. Ich suche diesen Ort. Wissen Sie etwas darüber? Hier können Sie finden, wonach Sie suchen. Tausend Dank. So, das Ding ist da drin. Ich mach dir nix. Ich klau dir nur... Ich klau dir nicht mal was. So. So. Easy. Und jetzt? Hacken Sie die Antenne, um die Personendaten auf den Server zu laden. Ich wünsche dir ebenfalls einen schönen Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber er hat gerade mein PC, glaube ich, gesagt. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Warum rutscht der denn die Treppen runter? Der Mr. Elite-Soldat. Erstmal in Deckung gehen. Und schauen, welche Antenne gemeint ist. Parabol-Antenne oder die andere? Das hier könnte es sein. Sie ist auf dem Dach des Katastrophenschutzes hier. Ich meine, die leuchtet so rot. Ja, siehst du, ist das hier. Ich hoffe, das erregt keine Aufmerksamkeit. Das wäre mir jetzt echt nicht recht. Weil es klappt ja bisher so gut. Ich mach doch gar nichts. Ich renne nur da rum und töte böse. Böse Leute. Schnappen wir uns nochmal die Pistole. Und da unten, die beiden, die mach ich auf jeden Fall weg. Denn... Sicher, sicher. Ziemlich gut. Hm, ziemlich gut, ne? Genau, so. Dann hacken wir mal das Ding. Ich bin beeindruckt von mir selbst. Cool, war's das? Nee, war's nicht. Oh. Beschützen sie die Antenne während des Hacks. Das finde ich jetzt nicht so cool. Minen? Haben wir noch ein paar? Ja. Aufpassen, die sind in Alarm-Ratschaft. Ja, natürlich. Mann, so was ist nervig. Ich bin kein Fan von... ...Verteidigungsmissionen. Auf Schwierigkeitsgrad extrem. Oh, wisst ihr was? Feuer frei! Büms! Büms! Scheiße! Oh, da bewegt sich was! Schalldämpfer entfernen! Mach den Scheiß, Schalldämpfer ab, Mann! Oh, die schließen auf die Antenne! Scheiße! Ich dachte, die gehen irgendwie einfach so dran. Heilen, 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 heilen! Heil dich doch! Mann, heil die! Oh, ja, macht mal den Heli weg, bitte! Scheiße! Ja! Ja, ich bin so gut wie tot. Haben die den Heli gekriegt? Nein, haben sie nicht. Oh Gott! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Pilot ausgeschaltet. Schnell nochmal heilen. Nachladen. Warum bricht der immer die Heilung ab, wenn ich in Deckung gehe? Ich lege mal zur Sicherheit noch eine Mine dahin. Oh Gott. Bin ich da? 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 Ich will dich nicht nur platt machen. Meine Mine macht was. Für mich. Jetzt haben wir keine Minen mehr. Brauchen wir aber hoffentlich auch keine mehr. Wo ist der? Komm da. Yay! XP-Stufenaufstieg. Nice. Geschafft. Nice. Oh, da lebt da noch jemand. Augen auf, Amrisch. Mach den mal bitte einer weg. Sehr gut. Und das war scheinbar auch der letzte Gegner. Oh, es hat einfach alles so gut geklappt. So gut. Und das ist ein wahnsinnig schönes Panorama hier. Ja, wenn euch die Folge genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst mir gerne ein Abo da und ein Like. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und wie gesagt, haltet die Augen offen nach dem Tutorial und dem Download für Ghost Ricken Breakpoint mit Voice Attack. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Spaß das macht. Und ich habe es noch nicht mal komplett eingerichtet hier jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich kann nur Gegner markieren und den Synchronenschuss ausführen. Und es macht trotzdem schon so viel Spaß. So geil. Obwohl auf gut drücken einfach schneller geht. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber es macht dann einfach viel mehr Spaß irgendwie zu sagen, Gegner markieren. Ping ist das auch. Gegner markieren. Gegner markieren. Ich muss da noch ein bisschen dran feilen. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde, wenn ihr wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.